Hi diho Leute und ein allerherz Willkommen hier zu einem Dein Part Trines. So und jetzt habe ich ja versprochen, dass ich hier diesen Stein weghaue. Wir sind jetzt hier in den Ruinen. Die Ruinen der, keine Ahnung. Was auch immer. Okay, also entweder hier lang. Oder hier unten. Die Ruinen der, der Waisen oder keine Ahnung was das jetzt genau war. Wir werden einfach mal schauen, wo wir denn da hinkommen. Nein, jetzt wird ihre Feuerpfeile gelöscht. Erstmal die Erfahrungsfiole holen. Erfahrungsfiole. Wir können ja Gott sei Dank unendlich tauchen mit der Diebin durch ihre Fischhaut, die wir da gefunden haben. Okay. Hallo? Geht's nicht weiter? Nicht? Ne? Ups. Ah, okay, ja. Logisch. Komm mal hier rüber. Ne. Große Skeletto. Ne, doch nicht. Das ist normal. Es sah wie großartig irgendwie gerade. Und spinnen natürlich. Ekelhaft. Oh, du bist auch Geschichte. Das ist ja noch eine Spinne. Ah, verdammt. So, jetzt aber. Yes. Bräuchte doch bald wieder einen Stufenaufstieg. Wie viel brauchen wir denn? Das sieht man ja nicht. Verdammt. Erstmal hier rüber. Gejumped. So. Dankeschön. Ach, hier ist eine Spinne, ey. Blödes Vieh. Blödes Vieh. Der beste Blöde. Ups. Ups. Autsch. Spring. Spring doch mal, Mädchen. Spring, als ging es um dein Leben. Es geht ja um ihr Leben. Gut, tut mir leid. War mir jetzt nicht so bewusst. Oh, und jump. Nein. Ah, verdammt. Ich glaube, ich muss hier mal unten ein Sicherheitsdings hinbauen. Okay, das sieht gut aus. Falls die da immer wieder runterfällt. Und ich bräuchte eigentlich mal einen Checkpoint. Die lieben sie nicht so gut aus. Aber ich glaube, packen wir ihr das mal rüber. Nur vorsichtshalber. Gut. Hat funktioniert. Dann kann sie wieder zurück. Ha, und die Energie viel... Ne, halt die... Die könnte sie vielleicht auch kriegen erstmal. Nur so erstmal. Weil sie auch gerade ziemlich wenig Energie hat. Die gute. Soja. Hm, Soja. So mal, trinkt jemand von euch irgendwie so Sojamilch oder sowas? Ich meine, das soll ja ein bisschen gesünder sein als so normale Milch. Mann. Ups. Oh, die hängt da immer an dem fest. Soja. Wo liegt denn jetzt dein Problem, Mädchen? Ich würde hoch. Na, klasse. Hm, da muss ich mir mal was ausdenken. Wie komme ich da am dümmsten nach da oben? So. Na, warte mal. Vielleicht kriege ich es ja geschafft, dass ich mich da oben draufstellen kann. Ich muss da irgendwie auf diesen Holzklotz drauf. Mal schauen, mal schauen, ob ich das hinkriege. Ja, ich weiß, dass sie angeschlagen ist, Soja. Das tut mir auch leid. Ah. Jetzt das da bitte. Oh, danke. Na, damit habe ich es aber immer noch nicht drüber geschafft. Zu den Erfahrungsviolen. Na, ich brauche nämlich noch ein paar. Jetzt. Ah, verdammte Scheiße. Muss doch da irgendwie nach oben kommen. Warte mal, wenn wir uns hier ein Türmchen bauen. Was ist das doch eigentlich ein Horn, der ja mal anhalten würde. Das ist ein bisschen schief. Ja, 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 ja. Ja. So, geh mal hier rüber. Und dann springe ich einfach drauf, wenn du mir entgegenkommst. Na, supi. So. Das war ja jetzt nichts. Ich müsste ihm doch eigentlich voll die Mütze weghauen. Ja, 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 ja. Na, das ging doch schon fast gut. Oh, geschafft. Oh, das war jetzt gerade echt erste Klasse hier. Mann, Mann, Mann. So muss das funktionieren, Leute. So muss das funktionieren. Okay, jetzt muss ich nur wieder zurückkommen. Jetzt geht das wieder los. Ups. Ah, toll. Ups. Mann. Wo liegt denn jetzt dein Problem, Soja? Ups. 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 Scheiße. Ah. Soja-Mädchen. Moment. Momentchen. Momentchen. Ne, das ist nicht so vorteilhaft. So. Jetzt hänge ich da mal drauf. Oh, perfekt. Warum kann man das nicht gleich so machen? Ich bin doch manchmal selten dämlich. So ein Geheimnis haben wir schon gefunden. Hm? Oh, nein. Sto-Mama. Sto-Mama. Ach, Mann. Warum geht er denn automatisch zu Soja rüber, wenn ich da nur mit der Maustasse drüber fahre? Hallo? Das ist so eine bescheuerte Technik. Wer denkt sich sowas aus? Was ist das hier? Hm. Na, aber das kriegen wir doch leicht runtergezogen mit dem Zauberer. Zauberer. La, 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 la. Zack. Und runter damit. Dankeschön. Ich glaube, das ist zwar immer nie so gedacht, aber ist mir eigentlich sowas von egal. Jetzt. Nein. So. Oh, wo ist das? Okay. Geht das hier noch irgendwo lang? Nö. Hehe. Interessant, interessant. Ich komme da aber auch nicht hoch, denn... Hö, hö, hö. Ja, 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 ja. Ein bisschen weiter drüben. Ne, das ist zu weit. No, vielleicht? Nein. Ein Stückchen. Noch ein Stückchen. Ach, weißt du. Leck mich doch am Arsch. Hm. Niemand funktioniert das nicht. Ach, nie funktioniert das so, wie ich es haben will. So. Geht doch. Okay, jetzt haben wir hier wieder... ...ein Schalterrätsel. Oh, Verzeihung, Leute. Jetzt musste ich über diesen. Ach, tut mir leid. Okay. Ich würde erstmal den in der Mitte drücken. Dann den. Ah. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. zack, zack, zack. Auf den Kopf. Geschafft. Aber ich glaube, die Erfahrungsviolen lasse ich jetzt mal Erfahrungsviolen sein. Aber die da kann man sich noch holen. Die sind, äh, leichter ranzukommen. Aber lieber mit der Diebe, die ist ein bisschen agiler, wenn sie nicht unbedingt runterfällt. Eine haben wir. Und Jump. Genau. So muss es sind. Komm mal her, Schnucki. Einen schönen Feuerpfeil habe ich hier für dich. Für dich sowieso. Äh. Okay, dann habe ich hier einen Sturmhammer für... Oh, Scheiße. Sturmhammer für dich. Der tut's auch. So. So, ja. Alter, kannst du nicht mal ein bisschen höher schwimmen, Mädel? Gucken wir mal, ob wir hier irgendwo das Geheimnis finden. Jetzt machen wir hier eine Erfahrungsviolen, die wir natürlich nicht... da lassen, wo sie ist. Hier gibt's kein Geheimnis. Verdammt. Das war gemein. Blödes. Vieh. Äh, so, ja. Ich wollte gerade sagen, es wäre lieb, wenn du da endlich mal nach oben gehen könntest. Zack. Oh. Einmal nach drüben gelagert. Die Brücke. Da passt das schon. Nein, jetzt hängt er fest. Ja, hallo. Okay, dann müssen wir es hier vielleicht doch mal abschnübbeln. Oh, jetzt haben wir... Haben wir es nicht geschafft. Okay, wir hätten es vielleicht nicht drüber holen sollen. Nein. So. Kriegen wir es denn jetzt hin, Ritter? Geht doch. Na, wir sind es zwei. Äh, wir sind nämlich immer die Zauber... Äh, die Zauberin, die, die, die... So, ja. Ich doch eigentlich den Zauberer haben will. Auch das was wird. Na, 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 no. Ja. Gießhaft. Sehr schön. Und nächster Checkpoint. Oh, hallo, Fritzepup. Ich stehe hier von hier oben besiegen. Na, schön hinter mir schossen. Das ist doch total einfach zu besiegen. Warum habe ich das letztes Mal nicht geschafft? Autsch. Ich weiß es nicht. Ich weiß es ehrlich nicht. Und mach da jetzt keine... Au. Zum Checkpoint, bitte. Oder auch so. So kann man auch zum Checkpoint gehen. So, ihr müsst ja irgendwo noch das Geheimnis rumschwören. Ah, hier oben ist was. Dann pinnen wir hier erstmal eine Kiste dran. Wie komme ich jetzt da hoch? Da hoch, da hoch, da hoch. So, vielleicht. Ist hier drüben das Geheimnis? Da hat er gerade was gesehen. Äh. Okay, machen wir hier mal eine Sicherheit hin. Eine Sicherheit. Sicherheit. Warum macht er das jetzt nicht? Hallo. Das ist ja jetzt dein Problem. Warum machst du keine Planke? Machen wir es halt so. Bö, schön. Mann, ey. Stimmt, diese Probleme, ey. Hm. Vielleicht ist da oben das Geheimnis. Ich weiß es nicht. Die Geheimnis will ich ja schon so... finden. Das ist denn doch etwas, was mich doch interessiert. Allein schon deswegen, weil man dann, äh... Denn... Jetzt komme ich nicht drauf. Äh... Items kriegt. Genau. Das Licht nervt so ein bisschen. Nein. Wie schaffe ich es darüber? Gibt es hier irgendwas zum Anpinnen? Natürlich nicht. Ah. Da steht eine Kiste davor. Ich mach mal, wie ich sie schon mal ein... Ja, die kann man wegmachen. Nee, das ist kein Geheimnis. Da ist... Sind nur Kisten. Es kommt davon, wenn man da oben schaut. Oh, scheiße. Mit den Checkpoint schon? Nee, aber jetzt haben wir einen. Okay, irgendwo muss doch das Geheimnis sein. Wir sind aber noch nicht durch. Okay, hier ist hier die Blubberbrühe. Die wir lieber nicht berühren sollten. Ich glaube, das macht ein bisschen Aua. So, ein kleines Trampelpfad. Nett. Es ist immer sehr nett, sowas. Na, 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 na. Mädel, mach dir keine Dummheiten. Gut, sie macht Dummheiten. So. Ha, der Zauberer wäre jetzt irgendwie nicht schlecht. Nicht schlecht. Na? Nein. Nein, 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 nein. Mann, ich hab den immer noch nicht erwischt. Ah. Ah. Kacke. Aber jetzt hat er mir Gesundheit gegeben. Na, wie ist es hier? Die Erfahrungsfiole will ich noch haben. Deck das mal hier in den Sumpf. Weiter geht's nicht. Ach, scheiße. Hol das mal wieder raus. Genau. Genau. So will ich das sehen. So will ich das... Nein. Mäh. Ob das wird nix? Mäh. Okay, da bin ich jetzt. Ja, da seh ich's jetzt ein. Das hat so keinen Zweck. Ich wäre eh nur gestorben. Weil ich dreißtausendmal runterfalle. Von daher... Mann! Hallo! Ach, ey. Ansonsten können sie sich an jeder... Je, der... Ja, Mann, jetzt fällt mir's vor. Alter, so wie hab ich's heute mitm reden, Leute. Das geht ja gar nicht. An je, der... Schräge können sie sich sonst festhalten, aber da nicht. Hier nämlich... Hammer! So nicht. Hammer. Das ist manchmal ein bisschen dämig mit der Steuerung. Man kann hier nämlich mit... Leertaste und mit... Äh... Nach oben. Also mit W. Springen. Und das ist manchmal echt schon ein bisschen komisch. Okay. Hab ein bisschen Checkpoint hier erreicht. Und da würde ich sagen... Äh... 20 Minuten sind auch schon wieder rum. Da können wir hier den Part eigentlich auch schon wieder beenden. Be, 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 beenden, ne, Leute? Also dann, Leute, macht's gut. Bis zum nächsten Parten. Und tschau.